Was soll ich hier? Ja, ich denke, es soll ich hier. Ja, vielleicht... Ah, es ist offen. Gebt ihn ab. In den Käfig. Ja. Yay, Disco-Party! Ich fahre. Meine Liebesmaschine... Okay. Disco-Krug? Na, wenn das nicht das Kind von Arok ist. Ich kannte eure Eltern, gute Leute, sehr gute Leute. Sie haben mir einmal aus einer unglücklichen Lage geholfen, in die ich durch einen Streit mit einem der anderen örtlichen Anbieter von Waren und Dienstleistungen geraten war. Dem haben wir aber heimgeleuchtet, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne, weiß ich nicht. Wo wir gerade von dem großen Rüpel reden, der sich oben im Clock Room versteckt. Ich kann nicht schlafen bei dem grässlichen Radau, den er veranstaltet. Sturmblitze, Donner, was gehört nach draußen? Hier, warum nehmt ihr das nicht einfach mit? Ich habe einen eigenen Hut. Diesen hier brauche ich nicht. Ziemlich ausgefallen, nicht? Und was das Federvieh betrifft, was soll ich sagen? Ich hoffe, der meint nicht mich mit Federvieh. Herr Shadowjumper, was für ein Komiker. Dieser geistig umschattete Flegel hat einfach keinen Stil. McDaniels Beschaffungshaube. Ah ja, Disko-Schild. 50% Chance, einen Stichtreffer zu landen. 10%? Freude pro Treffer gestohlen? Was? Mach euch klüger! Und sie, der Zauber. Babajacks Geflügelkugel. Ein mythisches Huhn umschwirrt den Anwender. Es schießt tödliche Eier auf die Feinde in der Umgebung. Jupp. Der Satz für... Snape and Draco. Weil ich meine Feuerkugel gerade aktiv habe. Ja, muss ich mir bei Rappi angucken. Ich kann sogar einen Gegner haben. Wasser probieren. Das sieht so wunderschön aus. Naja, wenn wir nach Arog zurückgehen, müssen wir noch ja einige Stück laufen. Vielleicht treffen wir da auf Gegner. Genau, stimmt ja. Fleischkugel. Fleischkeule. Und Disko-Schild. Gold. Ja, ich hab gerade den epischen Stab der Sterne. Ja. Mensch, was hab ich mit dem Wagen? Goldi? Au! Kendra Blue? Mordeschef? Star? Den kann ich eigentlich nicht reden. Tom Collins. Tom Collins. Ist das, wie wir... ... am... ...Legends of Varana Addon gearbeitet haben? Vermutlich. Na ja, was ist denn der Wagen? Die Liebesmaschine. Lowrider. Alles klar! Das ist ein Lowrider. So heißen diese Autos mit den... ...Zonehüfen. Nein, nein. Dann ab. Ach, ach auch so. Wir können ja nicht lang genug für die Party bleiben. Ja. Es war immer noch ein Skiurlaub auf uns. Jetzt auch mal wieder. Und wieder den ganzen langen Weg. Zurück gehen. Die lauten Uhrenturm und die lauten Kammern. Das sieht so wunderschön aus, wie das Hühnchen dich umkreist. Ja, am Tanzen ist. Hühnerzauber als Easter Egg. Hühnerflinte als Easter Egg. Die mögen Hühner, nicht wahr? So gut mit... ...Feder als Easter Egg. Ja, die mögen wohl Hühner. Ich bin stolz auf ihre Hühnertexturen. Aber du wurdest trotzdem bevorzugt. Mit den ganzen Ausrüstungsgegenständen mit Naturzauber. Sieht man ja schon an deinem... Ja, schade. ...an deiner Rüstung. Plus sechs Naturzauber, die ich damals wirklich in Trescal gekauft habe. Während dem Offscreen Training auf Level 100. Ja, leider. Hättest du gerne noch was zu schicken gefunden, leider wurde das Spiel nicht... Alter, langen Weg zurückgehen. Das ist so spannend, ey. Ob das irgendwelche Multiplayer-Spiele gibt, wo man als Hühner rumlaufen kann? Naja, ich kenne einen Spielmodus, wo man als Huhn rumläuft. Gibt es einen Spielmodus in... ...Wine Helsing's... ...In Grandible Ventures of Wine Helsing. Gibt es einen... ...bestimmten Spielmodus. In einem Modus ist man quasi... ...verhext, wo man als Huhn rumläuft. Man muss dann in diese... ...Bereiche gehen, wo man dann... ...vor diesen Fluch... ...und dann in diese... ...Bereiche gehen, wo man dann... ...vor diesen Fluch... ...geschützt wird, sodass man den Gegner besiegen kann. Also kann man als Huhn dann niemanden angreifen? Naja, man kann niemanden angreifen, musst du vor den Weg laufen... ...bis man halt sicher an ein Gebiet ist, wo man zurückgewandelt wird. Als Russen kenne ich keinen Eintragsspiel, wo man als Huhn rumläuft. Wo er sich zumindest als Huhn verteidigen kann. Ich habe jetzt mal auf Steam irgend so ein Horrorspiel gesehen, wo man von einem Huhn gejagt wird. Ein riesiges. Und sich davor verstecken muss. Natürlich. Natürlich muss er sich von einem Huhn verstecken. Ja. Ich spiele als Therapy und Chicken ist das Huhn. Habe ja irgendwelche böse Sachen gemacht und muss sich jetzt vor Chicken verstecken. Oh weh. Oh je. Wie ich nur selbst das mache, böse Sachen machen. Da ist Chicken voll fies drauf. Ich glaube ich voll frech und so. Muss bestraft werden. Ja. Ja. Die sind gewagt Chicken in Skyrim zu schenken. Checker, mach ein Sima-Account. Checker, mach ein Sima-Account. Checker, mach ein Sima-Account. Und dann wurde ich jahrelang gefragt, ey Checker, mach mal Skyrim LP. Von 30 verschiedenen Leuten und am Ende hat Murapi zugeguckt. Ja, da handel ich mich an. Dabei habe ich nicht mal danach gefragt. Und habe es trotzdem angeschaut. Hey Checker, mach mal Mordet Skyrim. Checker, mach was mit deinem Picker Chaim. Hast du einen 对ketter wieder? Ja, gleich. Da habe ich nicht in die Ruhe genossen. also lautes jetzt kommst du wieder aber ganz schlechtes lauten bereich durchgehen jetzt die siebenmalenstiefel ja nee brauchst du die monkey paul die affenpfote aus und musst dir da ein wissen wünschen dann wirst du taub und blind brauchst du die das uhrticken nicht mehr zu hören aber ich sehe da nicht mehr wo ich nicht laufe das ist dein problem ich muss mich ein ticken zu rockzippeln versenken ja der gestrige livestream war auch sehr wunderschön jedenfalls hat die affenpfote nach wissen gefragt wurde er dadurch blind und taub und wollte er hinterher noch ein foto vom geist schießen hat nicht wirklich so funktioniert und meinte ja also die blinde person die sollte nicht der fotograf sein was war da so richtig eine lebenserkenntnis moment hast du die ganzen tränke mitgenommen oder sind die verschwunden die sind weg auch ich hab mich gewohnt hm wo sind die ganzen tausenden lebens zum anderen tränke hin ich hab sie nicht aufgesammelt nur ein paar ja da waren ja auch verjüngerungstrecke dabei die äh gesundheit und mahner gleichzeitig und dafür hab ich keine aufgesammelt ja also wir jetzt schicken sind wir da wieder im marsch ja auch endlich das freunderschöne ist lang aber da muss ich jetzt gar nicht gedanken mehr machen wenn wir jetzt zurück nach haug sind ja und der disco-cook hat sich verdammt der hat uns schon wieder verwechselt mit dem sohn von den Eltern die gestorben sind ja von dem besitzer des hauses die uns als Skihütte vermietet wurde und jetzt wenn wir gleich zurück zur Skihütte sind kommt der besitzer wieder und sagt ja äh eure urlaubszeit ist vorbei ich brauche mein haus wieder mhm ach da ja stärkt ah ja der alte mann Sita sagt eigentlich der hatte man die Hüte kannte ja auch die Eltern von den Typen dessen Skihütte vermietet ich kannte eure Eltern gut mhm das ist immer noch das gleiche und dafür wechselt uns immer noch nicht schon das alte aber schön wie der Stammsterne vorne beim Glühnen ist sieht aus wie so ne Rose oh ne Rose ja so ein gut wie zu Rose oh nein also und tötte diese nervigen Eis Insekten danke Hühnerei auf deff Sieht wunderschön aus. Wir sind wie ein Aarok. Yay. Hallöchen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch gut geschlagen. Das hat mir die Arbeit wirklich erleichtert. Ja, danke auch. Ja, danke auch. Das ist schon unverschämt. Seid ihr? Ja, genau. Der Typ im Turm, der gilt dem Altsspieler, der Auftrag, einen Bogen in seine Schwester zu bringen, die vor den Spinnenhöhlen wartet. Nee, der redet immer noch vom Sturm. Gott, ich hab die Kurbel betätigt und der Charakter ist einfach runtergelaufen. Anstatt da drauf zu bleiben. Die Dame ist halt auch selbe. Welche Dame? Ihr findet erhöhte, wo ich vorstehe. Kannst du auf mein Profilbild klicken, um zu mir zu kommen. Oh, das ist mir gerade so eine Richtung. Genau. Aber für eine Dame, die siehst du, sage ich auch, dasselbe Zeug wie, hey, wir leben in komischen Zeiten. Ja, das ist der Schmied. Da muss ich auch nichts Neues sagen. Okay, der sagt auch noch was Neues. Okay, der sagt doch was Neues, der Schmied. Der ist doch schon ein bisschen deutlich netter, aber... Ja, wir wollen nicht noch mehr Abenteuer haben. Die Hütte, der Bezug zur Hütte. Wo ist denn der Schmied? Irgendwie ist ja niemand bei mir. Da ist nicht nur noch Schmied geredet. Ich glaub, das Spiel ist verpackt. Der ist gar kein Schmied bei mir drin. Echt nicht? Weil der ist nämlich vor dem Ambrus. Die Türen sind auch weg. Was? Ja, dann fehlen dir die Assets. Dann fehlen die Assets bei dir. Ne, egal. Sagt ihr nur, ey, schön, dass ihr die weggetrappt habt. Und was macht ihr als nächstes? Wenn ich sagen würde, ja. Aber ich hoffe, der Ausweiser... Ausweiser? Ich hoffe, der Bürgermeister ist bei dir, ne? Nee. Okay, dann... Ich kann auch nicht in die Kirche rein. Die Tür fehlt zwar bei mir, aber sie ist noch verschlossen. Also zu. Jetzt sie offen. Jetzt kann ich auch rein. Okay. Meine Kamera geht auch nicht so, dass ich das Haus betrete. Ich sehe immer noch das Dach. Okay. Okay, passieren seltsame Dinge bei dir. Oder wir müssten gerade mal... nochmal neu joinen in-game. Und dann in Arog starten. Äh... Gehst du das Spiel da aus, oder wie? Das müssen dann ja eigentlich immer noch die gleiche IP sein, ne? Ja. Naja. Hey, willkommen zurück, Turan. Und... Wo bist du denn gerade am nächsten? Ich bin gerade bei der Skihütte. Okay. Na, ich muss sowieso nur auf dein Bild klicken. Ja. Das ist mir nah genug... Das ist mir wohl schnell genug an dich reingehen. Hey, du hast auch jetzt... Wir klicken, sauber. Ich sehe, Tyra? Ja. Und der Schmied ist wieder da. Gut. Dem Himmel sei Dank für... Mir ist ein Hühnchen kleiner als meiner. Komisch. Oder hängt ziemlich vom Level ab. Das weiß ich nicht. Für mich sehen die beide gleich groß aus. Hä, nicht? Werf doch bitte ein Glück auf meine Rache. Bei mir ist die Deutschen doppelt so groß wie deins. Hm. Oh Gott, ich glaube, bei mir ist die SSS auch kaputt. Bürgermeister! Ja, Arana ist wieder sicher. Und der Steinbruch, das dann? Arana ist wieder sicher. Ja, wenn ihr nach der Macht der Heilkunst strebt, kann ich euch reichlich Tränke und ein, zwei Schriftrollen geben. Hä, Kira hat sehr viel zu sagen. Okay. Arana ist wieder sicher. Kalburschler hat auch nur das selbe zu sagen. Der Riese ist dort. Die Wachantur. Der interessiert sich nur für den Riesen. Äh. Und du? Wie gut, das war ein Schwer, sagt mir immer dasselbe. Vielleicht kehrt jetzt wieder ein wenig in die Erde. Ja, jetzt sage ich nur, der ist die Kneipe übrig. Dort Kneipe übrig und dann können wir zur Skihütte zurückkehren. Äh, ich war mit unserem Urlaub anfang. Ja, ich bin ehrlich genug für den Helden, Tom. Echt mal, ich will mal ein Bösewicht sein. Ja, da kannst du Deutschen Keeper spielen, wenn du möchtest. Wir leben in seltsamen... Ja, wir leben in seltsamen Zeiten. Haben die Humpen Milch für uns? Ah, der Held kehrt zurück. Ah, der Held kehrt zurück. Ihr seid also ein Abenteurer. Klingt interessant. Ich höre jetzt, wo die Skihwachen unterhielten. Sie erzählten, dass diese komischen Plattformen wieder funktionieren. Tötet's mal? Ob man dann wohl Getränke von den Utrean einführt? Ich glaube, das ist auch alt. Ja, von einem Typen ist halt nur die Dame hat Neues. Hey, wir können jetzt ein Tee an Bier abkaufen? Achso, die Plattformen wird gemeint. Das Bier hier ist wirklich stark. Die sind nämlich die Lokaturen. Hm. Okay. Mit Menschen wie euch, der Welt zu einer Besseren. Vielen Dank. Mit der Reise gegangen ist. Wie mit Menschen mit euch, hallo? Moment. Das war nicht nur unsere Eltern. Echt? Das ist auch total bescheu. Zu lange war mein Verstand getrübt vom Bösen dieser Insel. Ich danke euch, mein Freund. Vielen Dank. Eure Eltern werden stolz auf euch. Euer Mut, eure Tapferkeit weisen euch als wahren Helden aus. Ah. Mensch, unser Eltern. Dein Verstand ist immer noch benebelt. Oder er meint halt unsere richtigen Eltern. Und nicht die Person, die uns die zu Hause als Schütt vererbt hat. Aber vor allem, nein, vermiete uns. Was war denn? Er hat das ja jetzt wirklich gestorben, oder was? Und sein Willen an uns weitergegeben, weil der keine eigene Kinder hat. Ja. Na. Für mich. Naja. Jetzt sind wir zurück in die Schüte. Es war jetzt genug Abenteuer. Reicht sie jetzt mit der Rana? Echt mal. Naja. Ah, Tür zu. Es ist mein Charakter auch so, wenn ich nach draußen geht. Ich habe nur die Tür angeklickt. Ich habe nicht mal gesagt, geh nach draußen. Was soll denn der Mist? Naja, ich wollte mir gerade in die Hühne. Oh mein Gott, war Essen warm. Ne alte Schinken. Aber das Feuer muss ja entwacht werden. Warte, der Stab der Sterne hat so ein bisschen Feuer. Vielleicht kannst du dann da das anheizen. Ist ja so ein utrisches Artefakt, aber vielleicht geht das ja. Ja. Muss kreativ denken. Okay, Kold ist schon dicht genug an dem Stab. Naja. Während Rappi sein Essen warm macht, würde ich sagen, das soll es von Legends of Verana generell mit Dungeon Siege 1 gewesen sein. Mein Gott freudacht. Zwei Jahren. Ja. Vielleicht sogar drei, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, wir waren in den letzten... In den letzten andeinhalb Jahren wieder schlecht gegangen, weshalb wir nicht weitermachen konnten. Aber wir haben es endlich beendet. Mal abgesehen von den ganzen Verbindungsfehlern, wo wir jetzt in den letzten drei Sessions herausgefunden haben, wie wir das vernünftig spielen können. Ja, und jetzt bringt das sowieso nichts mehr, weil es vorbei ist. Naja, besser spät als nie. Aber wir haben Ende gewesen fast keine Probleme. Außer, dass Leute plötzlich verschwinden und Türen. Hier spukt es. Vielleicht ist der Stab auch verflucht. Und ich bin jetzt infiziert mit irgendwelchen Flüchen. Wollte sagen, da waren wir nicht mal Oktober und jetzt passieren unheimliche Dinge. Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist nicht Oktober. Aber wenn die Folge kommt, müsste schon bereits Oktober sein. Zumindest bei mir. Nein, bei mir ist es nächste Woche alles zu Ende. Macht ja zehn Minuten länger als Schicken. Ja. Papi lädt ein bisschen längere Folgen hoch. Ja. Weil ich es kann. Ja, weil du es kannst. Das lädst du auch in 4K hoch. Wo eine Folge 97 GB groß ist oder so. 77. 77 heißt. Oder über 60, keine Ahnung. Schon ziemlich viel. Ich weiß. Oh ja, für mich ist es Qualität über Quantität. Höher und Auflösung kann man die Details besser erkennen. Außer wenn man Bücher liest, weil die Schrift ist so klein mit der Auflösung hier, die wir eingestellt haben, zu erzwingen. Da habe ich immer Probleme, das zu entziffern, was da stehen soll. Ja, leider. Na ja, aber ist genug. Wir sehen uns dann hoffentlich in den nächsten Projekten wieder. Hoffentlich wird das nächste Projekt dann besser, schöner, weniger, verbindungsproblemhafterer. Und die Hühner tanzen im Kreis, fast so ein Kron. Ich komme mir nicht klar drauf, dass mein Zerber doppelt so groß ist wie deins. Komisch. Wir sehen die gleich groß aus. Naja, ich könnte gleich die Folge dann livestreamen, damit du es sehen kannst. Livestream. Anstatt einfach ein Screenshot zu checken. Na gut, kann ich auch. Ich kann ja einen Screenshot machen von der Aufnahme. Ich weiß nicht, ob das irgendwas... Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwas kaputt machen würde im Spiel, wenn ich hier Druckdassel drücke. Ich bin sehr skeptisch gegenüber dem. Deswegen möchte ich nicht Screenshots machen. Dann beenden wir jetzt die Aufnahme. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Nächstes Projekt. Ja, es gibt kein nächstes Mal in Dungeon Siege. Also, Mies, 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 das ist Projekt. Ja. Aber bis dahin, gute Nacht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020